Die Gruppe FISPEC 3 unter der Longeführung von Mona Wördemann und dem Pferd Destino. Es folgieren Nicole Böske, Hannah Frege, Sarah Ortmann, Kathleen Emke, Jana Lillusen, Jule Nordmann, Mario Böske, Aileen Dirkus und Teresa von Dörden. Ein, zwei, drei, oben! Und eins, zwei, drei, oben! Und eins, zwei, 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 oben! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020